Lass das krachen. Und das drückt man sich ein, oder was? Genau, das macht ihr oben ab, hier. Pellon, Pellon Rico, Tamarindo Original. Guck mal hier. Ja, da kommt ja schon was raus. Boah, wie viel Langeweile muss man haben, um sich sowas einfallen zu lassen? Oh, ich so viel. Wir haben eine Süßigkeit entwickelt. Lass uns die richtig beschissen verpacken. Ja, sieht gut aus. Das kann ja aber echt nicht... Boah, das will ich. Boah, das ist heftig, ne? Boah, das ist wirklich nicht lecker. Was ist denn das? Tomate? Das ist Tamarind, das ist eine Tamarindpaste. Ist doch eine Tomate, die Baumtomate. Genau, stimmt. Und die Mexikaner, die stehen... Hallo, Tamarind? Die Baumtomate? Die Baumtomate. Hat eine sehr feste Schale, ist sehr, sehr bitter, hat auch sehr, sehr, sehr bissige Kerne und so. Man kann total leckere Sachen draus machen, auch. Weißt du, was man da ganz gut draus machen kann? Nichts.